Hallo! Ja, hallo! Hallo! Und hallo! Oh, es ist wieder mal Zeit, dass wir hier sind! Ganz genau! Der nächste Video ist hier! Und wieder mal von diesem Video! Das nächste Video heißt von dieses Mario-Fußball-Spiel! Ganz genau! Hinten ist es ja, Mario! Heute spielen wir dieses wunderschönen Fußball-Spiel! Ja, wieder mal hier Zeit! Oh, Mann! Ich werde gesparen, wer wieder mal hier kämpft! Nein! Ich vermute, dass wir das weiß, bestimmt Totelette! Danke sehr! Also, ich wollte sagen, wir wieder mal zu diesem Fußball-Spiel kämpfen wie die Seid-Pinzessin! Oh, Seid-Pinzessin? Aber wir haben doch so mal Seid-Pinzessin gespielt! Ja, genau! Wir sind auch nicht die Seid-Pinzessin! Na ja! Die Seid-Pinzessin, die du überhaupt sehen kannst, stehen doch genau hier! Die Person, die überhaupt hier spielen können, sind hier Piz gegen Roselina! Warte mal! Was soll das heißen? Piz und Roselina? Spielen das? Natürlich, Piz-Krab! Die haben doch nie mal zusammen mit Fusser gegenseitig gekämpft! Also, hört doch mal dazu! Komm schon! Oh! Ich soll jetzt gehen Piz in Fußball spielen? Wow! Das ist ja wirklich interessant! Ah! Also, da bin ich sehtan gewesen! In Fusser bin ich's nie so gut gewesen! Na, komm schon! Ja, ich glaube, das sieht sehr schön aus, Roselina! Wir beide spielen in dieses Mario-Fussball-Spielen! Ja, genau sehr! Und ich weiß genau sehr, wer bis zu uns schaffen kann! Na, natürlich ist es meine Roselina! Roselina war besser gewesen! Oh, Mann, Waluzy! Danke, dass du das sahst! Ähm, naja, ich war sehr gut gewesen, als es einmal gegen Daisy gekämpft hat! Oh ja, das erinnert mich sehr! Aber Obersau bist du hier! Wo ist der denn alten Gläs? Der hat wieder mal seinen Hüten gebrochen! Aber keine Sorge! Sobald wird er bald wieder gesund! Ja, bis denn bald aussehen! Und haben wir sehr ihr Freund aus- So und seht, dass es jetzt los geht bei Bihl- Ha! Bei dem Fussballspiel Pietz gegen Roselina! Oder Roselina gegen Pietz! Egal, wie das heißt! Also, Pietz, bist du der Wahrheit, dass wir zusammen kämpfen? Abs! Salut, Sir! Dann werden wir zeigen, dass er wer der Beste ist, oder? Ja, ich wünsche euch viel Glück mit dem Fussballstiel! Ich glaube, du sagst es bestimmt, gegen sie zu kämpfen! Oh, Daisy! Na ja! Genau! Genau, alles ja! Also, Roselina und Pietz! Ich wünsche euch viel Glück in dieses wunderschönen Fussballspiel! Und jetzt zeig es euch ja! Wer will es schaffen? Roselina oder Pietz? Das werden wir schon sehen! Wir sehen uns jetzt in den Fußball bei Mario Fußball! Jetzt! Da sehen wir wieder bei dem wunderschönen Fussballspiel! Ganz genau! Ja, geht los! Vier Minuten wollen wir denn, Roselina? Ähm... Lass mir erst fünf Minuten! Gut! Und wir machen Tag! Tag machst du gerne, oder? Natürlich! Nochmal! Also... Hier sind... Ja, gut! Also, wo bin ich? Ich bin die Erste! Oder bist du Design-Hose, Lina? Nimm es als erstes! Ähm... Ich seh meinen Anzug! Followen Sie? Danke! Schön, dass du immer wieder missnennst! Wen wollen wir noch nehmen? Ähm... Wie wär's mit einem Tod? Wenn es dir gut geht? Ja, das findest du gut! Sehr gut! Wenn not? Ähm... Ähm... Wie wär's mit Daisy? Sie kann doch mitmachen, wenn sie will! Ist mitmachen? Ähm... Warum denn nicht, wenn das... So gut bin? Ähm... Gut! Dann nehmen wir auf sie! Ähm... Ich bin bei Heid! So! Das war meine! Jetzt bin ich dann! Ähm... 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 Ich bin jedenfalls das, Mario! Ähm... Ähm... Wenn ihr Daisy hat, nehmt wir Louinsie! Ähm... Natürlich ist das... Dass ihr das so... Vor allem ihn nennt! Und dann nehmen wir noch einen Tod! Gut! Welche Farbe wollen wir nehmen? Hm... Wie wär's mit... Farbe Gelb! Gelb mag ich's auch sehr! Ja, Gelb ist okay! Ja, finde ich's auch! Wir sind... Die Farbe Gelb! Wer denn nachher? Ähm... Ähm... Oh, die kann man sogar nehmen! Dann nehmen wir die! Na gut! Dann sehen wir wieder mal Team... Team mit Weiß und Lila gesteilt! Und wir nehmen die auch! Okay! Dann nehmen wir das so! Der Kampf geht hier los an! Hier sehen... Lassen Sie kämpfen! Rosalina gegen Pete! Na sehen! Wer schafft das? Na hier! Schaut nur das mal an! Uh! Das ist jetzt... Häuser ist das! Denn... Aber die Häuser sind okay! Ich hätte es lieber nur noch machen sollen! Aber Rosalina liebt doch gerne Tag! Na ja! Nacht macht es auch! Aber trotzdem machen wir das! Na ja! Und da kommen wir nie als Sohn! Hier in dieser Seite sind... Rosalina! Okay! Sind wir bereit? Sind wir! Und hier bin es! Wir sind bereit! Geht los! Hm... Oh, es geht los! Ich hab' es! Ich hab' es! Ich hab' es! Ich hab' es! Oh, verwecks! Ich kick' den Tor! Nein! Kickst du nicht, Pete! Aus! Oh nein! Der Ball! Ich hab' es! Gut, Daisy! Ich versuch' mal so's anzugreißen! Na ja, Daisy! Versuch' wir es nicht wert! Gut gehalten, mein Tor! Sehr gut! Oh nein! Jetzt haben sie uns gekickt! Von wem? Ja, von mir! Mario! Nathalie! Ich war sehr gut in meinem Turm! Hm, sieht ganz schön aus! Ich hab' gedacht, du wärst doch gut! Binde es auf! Wir müssen noch üben! Irgendwann hab' ich sie mit der Sache! Gut so! Au! Ähm... Warte mal! Gut! Ich hab' es! Und jetzt? Zack! Oh nein! Das war gehalten! Egal! Nein! Du kickst den nicht! Au! Äh... Pete, sieh! Sehr gut! Ich hab' es! Gut war, Daisy! Und dann zuwidergehalten! Die Attacke! Die haben wir gut! Ich hab' es! Gut! Oh nein! Wenigsten haben wir noch die Kaffner! Gut! Lass' auch nicht vorbei sein! Lass' auch nicht vorbei sein! Oh, Pies ist was daneben! Ja gut, dass du noch daneben warst! Ich kick die Attacke! Haha! Gut! Zeig's denen! Waluin sie! Waluin sie! Kein Problem! Gut! Ähm... Lass' ich, dass er das Tor hält! Äh, äh! Auf nix! Äh! Fast wär's ein Tor gewesen! Kein Problem! Wir haben nur keine Minuten! Was? Keine Minuten? Gut! Er hat noch gehalten! Es sind immer nur 1 zu 0! Au! Au! Ein Doppelstag war hier gewesen! Oh! Ich hab' den Ball natürlich! Äh! Nein! Jetzt haben die! Gut die! Ah, egal! Ich hab' es! Ja, Waluin sie! Okay! Ha! Hast du so wieder gehalten? Das gibt es wohl nicht! Guck mal! Die Seite ist gleich vorbei! Ja, und verfliegt's! Wir haben die Attacke nicht gekickt! Ja, hat ihr! Und dann daneben! Vorsicht! Oh Gott! Das war knapp! Eins kann ich sagen was ja! Ich glaub' Pies und Roselina sind bald! Der ist gut, oder? Ja! Ja! Aber guck mal! Warte mal! Ähm! Jetzt kommt meine Attacke! Ha! Ja! Gut, Daisy! Zeig's auch deine! Ja! Kein Problem! Hier! Heia! 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 Ähm! Oh! Oh! Gut! Oh! Das willst du nicht! Komm schon! Äh! Verflixt! War wohl nix! Naja! Aber wenigstens hat er noch gehalten! Was gibt es denn nicht? Ihr kickt nur ein Tor! Oh ja! Wer hat den Ball? Ach so! Oh! Oh! Torte hat den Ball! Äh! Komm Torte! Oh nein! Oh! Der ist wirklich getroffen! Oh nein! Oh nein! War da Winzy! Gut! Ich hab es noch gesagt! Oh! Die Attacke ist... Ich habe es! Gut. Tut mir leid, Novinzi, aber ich war es nicht da gewesen. Meine Attacke kommt so wieder! Hey! Komm! Der Ball! Verflext! 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 Sehr gut seid ihr! Ich habe es! Ach! Hast du wieder gehalten! Gut! Ich habe es! Hier, Todd! Ja, jetzt kommt meine Attacke! Ja, meins war mein Todd! Ja! Ja, let's do this! Wir sehen, wie das gut ist! Und Tor! Von Rosalina! Ja! Das war mein Todd! Sehr gut! Ja! Also dein Todd war sehr gut gewesen als meiner! Ja! Ganz normal aus, Piet! Jetzt haben wir jetzt einen Punkt! Und es steht jetzt eins zu eins! Wer kickt den Seiten? Ja! Gut! Wir haben nochmal! Okay! Ähm! Okay! Oh! Perflex! Oh! Selina! Was war denn das? Keine Ahnung! Guck mal! Es ist jetzt vorbei! Es ist jetzt vorbei! Tut mir da, war wohl nichts! Es ist noch nicht so... Oh! Die Kaff! Wo ist es? Hier! Oh! 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 Es ist jetzt wieder abgelaufen! Aber es ist immer nur eins zu eins! Oh nein mein Tor! Gut! Gut, aufs halten! Ver rbb! Wer hat das? Adi! So hab ichs jetzt! Nein, jetzt nicht! Also eines kann ich sagen! Wenn derсь jetzt treffen kann, ist der das nicht einzigen! Äh! Äh! Oh man! Also eines kann ich sagen trotzdem was ist! Ich sag einfach in den einen Kumpf! Systen es sei Dank! Oh, Selina, ja. Auf, auf, nix. Oh, nein. Wo ist der Ball? Du weinst ja das. Gut. Also, wer will saufen? Keiner kickt den Tor von einem Punkt. Die Zeit ist klar vorbei. Mit einer Minute, wenn der Safer steht, ist er es unins. Siegen. Aus, ich habe es. Und es ist vorbei. Pete hat gewonnen. Ja, sieht ganz schön aus. Tut mir leid, Selina, aber ich war jetzt erster geworden. Ja, sieht ganz schön aus. Ja, war ist gut. Aber nicht hauig sein, Selina. Es ist doch nicht vorbei. Wir können das Haufen noch gewinnen. Ja, es ist allmissärm. Na, komm schon, Roselina. Das haben wir bestimmt. Wir kicken noch ein bisschen in euer Tor zu gucken. Bestimmt. Okay, der erste Kampf und jetzt kommt der Seite-Kampf. Jetzt sind wir in der Saufen-Karte. Wir pizze-Haufen oder wir Hustelina noch kriegen. Das werden wir so sehen bei der nächsten Runde. So, wir sind jetzt weiter bei dem Spiel. Na, sehen wir es da wieder wird. Okay, komm, Samalitins. Das haben wir noch ein bisschen. Verflicks gehalten. Und ich habe es. Gut, Halloween-Zie. Ach, wieder gehalten. So, wieder. Oh, aus. Flicks. Was ist kein Turm? Ja, auch gut gehalten. Und gut, wer hat das? Hier war du, Winzy. Ja, auf, auf links. Auf links gehalten. Gut gehalten. Oh, da war die Kaff. Aber guck mal, ein Tor war das von Roselinas Team. Ja, und das war von mir. Gut so, Daisy. Siehst du, ich habe ein Tor gekickt. Tja, sieht an, es war doch gut gewesen. Hm, sieht ganz schön aus. Ja, sieht jetzt die Roselina jetzt in Fihun aus. Ganz genau. Find ich's auch. Ja, na, komm. Ja, aus. Gut, und jetzt haben die jetzt auf ein Tor gesossen von Mario. Natürlich, ich habe so wieder ein Tor gemacht. Also, wer ist Mario? Ja, was denn? Ist doch so gewesen. Naja, egal. Jetzt geht es wieder eins zu eins. Und wer geht dieses Mal der Seite? Natürlich kriegen wir es, was sind wir. Oh, der war wirklich ausgeweist. Also, wieder. Also, mein Tor gekickt. Oh, weil sie da fliehen. Hier war der Winzi. Gut. Oh nein, der war ein bisschen so weit. Ja, sieht ganz schön aus. Und nein, Mario, den Tor kickst du nicht. Oder Pins. Ah! Die Roselina für die ist. Danke. Ah, gehalten. Mist. Ah, ne, Mist. Gut. Ich habe es. Oh, einen Snack. Halloween, sind wir hier. Gut. Ich habe es. Es geht aus. Es war wieder bei mir. Haha. Mein Tick, mein Tick. Los geht's. Na ja. Oh, Fabrix. Auf Halloween, was war das denn? Na, keine Ahnung. Aber guck mal, die haben wieder ein Tor gekauft von Roselina-Team. Oh nein. Okay. Ich muss es einfach nur mir zusammenheißen. Das wäre gut. Bist du im Piets? Ja, genau. Da hat noch mein Tor noch den Sack gehauen, wie es aussieht. Ja, sehe ganz mal aus. Eins kann ich sagen, was ja. Vielleicht ist auf Roselina bestimmt die nächste Runde. Bestimmt. Oh. Gut. Gut noch gehalten. So, es ist noch zwei Minuten noch. Seien Minuten. Okay. Ihr tot? Ihr verwirrt, Valoinsie. Danke. Und? Noch ein Tor. Ja. Der war von mir. Ja. Seht an. Ihr sehr will werden bis dem Gewinnen. Ja, natürlich werden wir doch sehr gewinnen. Haha. Ha ja. Der war sehr gut. Hat ihr das gesehen, wie es gut war? Ja, warst du auf Valoinsie? Ihr seht es keils zu eins. Na komm, Piz. Gib doch Mühe. Natürlich kriegen wir noch Mühe. Oh nein, der war ausgeweist. Okay. Aber guck mal, jetzt haben die jetzt einen Punkt. Ja, und das war unser Tod. Ja, sieht ganz schön aus. Hm. Na ja. Aber wir haben immer noch kein Punkt, der jeden Fall. Ja, da hast du halt. Gut, ich habe es. Ja, Target. Oh nein. Gut. Ähm. Hier. Harte, und jetzt kommen wir jetzt nochmal. Hi. Oh ja. Okay. Gut so. Ja. Hier kommt wieder mal ein Target. Aufgepasst. Hi. Es wird jetzt nur eine Minute noch. Eine Minute? Ja, bei denen. Piz, wo siehst du hin? Du bist im falschen Tor gesaust. Es ist halt nicht mal falsch. Nein. Ihr werfen niemals hin. Ha, dieses Mal war das mal ein Tor zuwider. Ja, sehr gut. Also, Roselinas Werk ist gut bei Fußballen. Hm. Sieht ganz normal aus, Piz. Na ja. Ihnen hat mir ein hartes Tor gesaust. Ihr seht jetzt viel zu sein. Bei Team Roselina. Ja. Hm. Nur eine Minute. Wenn das, Piz. Oh, Verflixt. Valerie, Sie, für das. Danke. Das war ausgeweißen. Verflixt. Oh nein, die haben jetzt die Attacke. Komm, das... Weil wer hat es? Oh, tot hat es. Gut. Äh, ich habe es. Gut. Für das, Daisy. Danke. Ich war auf Aufnahmsaust, als du siehst. Für das, Roselina. Ah, Verflixt. Oh nein. Nein, die Attacke kriegst du nicht. Und, gut. Es ist jetzt vorbei. Was? Vorbei war das? Ja, vorbei. Gut. Hm. Und wieder ein Tor von Roselina. Oh. Ja, das war wieder von mir. Von Wallowinsee. Ja, sieht ganz normal aus. Dein Tor war wirklich interessant. So gesausten gewesen. Und das ist, weil die Zeit abgelaufen sind. Und da sind alles, dass Roselina das Team gewinnt. Ja. Sieht ganz schön aus. Und so wieder ein Tor von Roselina. Oh Mann. Oh Mann. Oh, jetzt ist unser Torwart jetzt wütend. Ja, sieh ganz mal aus. Er ist wirklich wütend. Tja. Nur weil wir sechs Punkte haben und ihr Seidpunkte hat. Ja. Aber eines kann ich sagen. Sehr gut sind wir. Ja. Und die Zeit ist so jetzt lasst aufgelaufen. Schaut mal ein, Mavi, aber das muss sein. Hier wird es tot. Und so wird ein Tor von uns. Ja, das war wieder von uns tot. Oh. Oh, gestolpert ist er. Aber jedenfalls war das sehr gut. Ja. Seht alle sehr. Dieser Hund kickt an uns her. Oder Teams? Ganz genau, Roselina. Genau. Okay. Die nächste Runde kommen jetzt. Oh, gut. Ich habe es. Gut. Jetzt sind wir hier tot. Oh Gott. Der Tor. Oh nein. Der hat es leider jetzt. Seht alle sehr. Die Zeit ist alles vorbei. Aber eines kann ich sagen. Ich weiß genau, wer gewinnt. Es sind Team Roselina. Die haben jetzt mehr Punkte, wie es aussieht. Ja, sieht ganz schön aus. Und hier ist der achte Punkt von denen. Ja, und wieder von mir. Von Halloween 7. Ja, sieht ganz immer an. Tor in Haft geschlagen. So schnell wie der Blitz war der. Ja, danke. Ja, danke. Danke. Danke sehr. So. Aber die Zeit ist halt einfach nur noch 30 Minuten. Tut mir leid, Pete. Aber die Attacke kickst du nicht. Ach, für nichts. Wir haben immer noch die. Oh nein. Achtung, jetzt benutzt mein Tod. Die Attacke. Oh nein. Und das war sehr gut. Ja, jetzt kommt sein Kopf los jetzt. Zack. Ich glaube, der Torwart kriegt das niemals den bei so einem, weil der so stark war. Siehst du, ich wusste es. Ja. Ja. Jetzt fällt der Tod jetzt um. Ja. Aber die Zeit ist halt jetzt vorbei, leider. Ja, sieht ganz schön aus. Auf hier. Kai, sei eins und... Vorbei. Ja. Jetzt haben wir gewonnen. Ja, genau. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Tja, Pies, es sieht auch nicht sehr, diese Hunde haben wir jetzt gewonnen. Ja, sieht ganz schön aus. Aber es ist nicht der Punkt sehr. Pies hat bei der ersten Hunde gewonnen. Und Roselina hat in der zweiten Hunde gewonnen. Das bedeutet, ihr beide war sehr gut gewesen. Naja, aber Roselina hat bestimmt mehr Tore gekickt in Zeiten als wir. Ja, sieht ganz normal aus. Das bedeutet, wir kriegen einfach raus von euch. Ja, ein Applaus für Roselina und Pies. Ja, bravo. Bravo. Boom. Ja, gut so war Roselina. Und sehr gut auch für das, Pies. Ja, bravo. Sehr gut. Moment. Moment, mal kurz. Soll das etwa heißen, Pies und Roselina haben beide im Fußball gewonnen? Ja, ich glaube, ich habe in der ersten Hunde gesarft und ist in der Seite. Ja, ist doch egal. Wenigstens sehr hat Roselina mehr abgekickt. So stark haben wir gut alterniert, oder? Ja, haben wir. Aber jedenfalls hat es euch sehr Spaß gefallen in dieses Fußballbier. Hoffentlich hat es euch sehr gefallen, wie es ist. Und bei euch, in eurem Video, hat es auch sehr, 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 bei dem Fußball. Das war ein harter Kampfspiel zwischen Pies und Roselina. Ja, in der ersten war das sehr hart. Aber in der zweiten war das sehr gut gewesen. Genau. Wieso gesagt, es ist so weit, wenn wir mehr Haus finden, sehr, wer weiß. Nächstes Fußballspiel. Was werden wir? Mehr so ein Haus finden, sehr, Pies. Aber, äh, Mario, egal. Wenigstens sehr ist es jetzt das Video vorbei. Und haben erzählt, dass das Video euch gefallen hat. Und bei mir gibt es noch mehr in unseren hier bei Neoni Huber, Bethelhaar, noch mehr Videos hier. Ganz genau auf jeden Teil. Noch mehr Videos gibt es da hier bei Bethelhaar. Also, Manny, Anni, es hat ein sehr, egal wer die Kammer ausmachen soll. Wir waren beide gut gewesen. Ja, genau, da hast du halt. Aber wenn ihr mich gestartet, ich kann sogar die Kammer ausmachen, wenn ihr wollt. Naja, aber egal. Ich hoffe sehr, dass wir dort euch gefallen seien. Ihr werdet gucken. Es war sehr gut hart, vor meiner Frau zu kämpfen. Aber meine Frau, Frau dasselbe. Naja, egal. Also, wie schon gesagt, bist du nicht smiley, Bethelhaar, süß. Genau, auf Wiedersehen, süß. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal bei Bethelhaar. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen, sehr gut. Und an euch, ja genau, auf Wiedersehen. Viel Spaß mit diesem Video. Genau, viel Glück damit. Bis zum nächsten Mal, an dem nächsten Video bei Bethelhaar. Also, wenn ihr höfst, ihr seid und sehr, ich ist Totelette, mal euch die Kammer aus. been carent. Ja. 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 Vielen Dank.